Hallo, grüß euch, wir kommen zu den nächsten Inside-Podcast-Folgen, heute haben wir Premiere. Ich bedanke mich bei Dino von Mad Monkey Production, der uns die Möglichkeit gegeben hat, danke Dino. Ja, wir sind sehr zufrieden mit den Aufrufen, danke, dass ihr uns so gut verfolgt, es wird immer mehr und immer besser, wir haben ein Gewinnspiel demnächst, da kommen nächste Woche alles online, damit ja nicht mehr so lange da hinquatschen, mein heutiger Gast, Markus Plutsch, 28 Jahre jung, aus Urfa, ein bekannter Unterhausgicker, der schon viel Profiluft geschnuppert hat, Markus, grüß dich. Servus, grüß dich, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir fangen wie immer mit einem Zitat an, du hast heute mehrere Zitate, gell? Ich habe eigentlich zwei, also das erste ist, das mich seit meiner, ja sag ich mal, angehenden Profizeit immer wieder verfolgt, das war auf der Google, nettes Bild, wo oben steht, im Leben gewinnen nicht die Schnellen, sondern die Austauenden. Und das zweite war jetzt in der Zeit, während meiner Therapie vor kurzem, wo ich einfach eh aus Langeweile einmal im Web ein bisschen umdumm gesurft habe und dann ist mir ein nettes Video untergetaucht und das beschreibt eigentlich die Situation am besten. Also das heißt eigentlich, es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen. Und mit dem Ansatz kann ich mich jetzt auch relativ gut identifizieren und ja, finde ich eigentlich ein sehr gutes Motto. Cool, also das ist auch eine, bei der Google, bei meinem ersten Zitat, wie vermisst die alte Google? Boah, eigentlich war ich nicht. Nein, es waren sehr schöne Zeiten dort auch, ich habe auch im Zuge meines Studiums dort viel Zeit verbracht, auch mit meinem Privattrainer, wie das dann richtig ernst geworden ist mit der Profikarriere. War wirklich sehr lässig oben, aber ja, es war trotzdem auch im Stadion selber, wenn wir mit Blau-Weiß oder auch mit dem Lask durchgespielt haben, jetzt nicht die ideale Fußballatmosphäre, weil einfach, ja, das Publikum zu weit weg war. Ja, aber trotzdem waren es coole Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, aber ich glaube jetzt mit der Raiffeisen Arena oder mit der neuen, glaube ich, Hofmann Arena heißt es, Hofmann Stadion, ist es sicherlich viel professioneller und ja, feentreuer. Warst du schon beide Stadion besichtigen? Nein, ich war bis jetzt nur im Lask-Stadion, aber eh jetzt im Frühjahr möchte ich unbedingt mal das Blau-Weiß-Stadion auch anschauen, beziehungsweise kenne, habe ich es eh schon, aber beim Spiel war ich noch nicht live dabei. Okay, ja, das andere, das andere Zitat, das hat dir geholfen, nur Lösungen finden? Ja, weil es kommen einfach Situationen in deinem Leben auf die zu, wo du nichts dagegen tun kannst und da ist einfach der Ansatz, ja, ich suche einfach nach Lösungen und beschäftige mich nicht mit dem Problem in dem Sinn jetzt, sondern einfach, ja, lösungorientiertes Denken, glaube ich, hilft, ja, in jedem Bereich. Hilft auch in die Spiele, oder? Es hilft in die Spiele, es hilft im beruflichen Leben, es hilft im privaten Leben, weil einfach, ja, gewisse Sachen man nicht ändern kann und wenn man dann in Selbstmitleid oder, ja, in Trauer, ich meine, Trauer ist okay und gehört auch dazu zum Leben, aber wenn es Selbstmitleid verfolgt, dann bringt das einem nicht weiter, sondern... Aber du bist gar Kind von Traurigkeit. Würde ich nicht sagen, nein. Nein, das glaube ich auch nicht, aber da hast du natürlich ein starker Charakter, was du jetzt hinter dir gebracht hast, aber zu denken, um ein wenig später, wir fangen jetzt mal an, gibt es aktuell bei dir, ist Vorbereitung zu Ende, wart ihr in Kroatien, habt ihr eigentlich fast alle Spiele in der Vorbereitung gewonnen, bis auf zwei, eins unentschieden, eins verloren. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, seid ihr aktuell mit zwölf Punkten vorletzter, wie geht es in Klassenerhalt dann? Ja, die Vorbereitung ist eigentlich sehr, sehr gut verlaufen, wir haben gute Neuzugänge gekriegt und auch unsere jungen Spieler, die im Sommer dazugekommen sind, haben jetzt sehr viel Kampfmannschaftserfahrung gesammelt und man merkt eigentlich bei jedem Einzelnen, der bei uns jetzt ist, dass er eine tolle Entwicklung gemacht hat und das stimmt mir einfach sehr optimistisch, dass wir da sehr viele Punkte holen werden. Okay, zu den jungen Spielern mal, siehst du eine jungen Spieler, die irgendwo selber, weil du warst da einer, da war so jung, viel bei den Großen dabei war, siehst du da irgendwie, ich weiß, wie es denen geht, ich weiß, wie ihnen helfen kann? Ja, auf alle Fälle, also es war natürlich auch, wie ich mit 17 zu den Profis gekommen bin, bist du natürlich der kleine, liebe Bub und musst dir mal in die Mannschaft einspielen. Flaschalltragende Bälle, bist natürlich nervös oder nervöser und angespannter vor gewissen Situationen, aber ja, ich sehe mich da auch und ich hilfe ihnen einfach gern, weil es alle durch die Bank echt super Burschen sind und mich freut sich auch umso mehr, dass alle so eine positive Entwicklung genommen haben, was natürlich auch jetzt unserer Mannschaft hilft, dass wir einfach erfolgreich agieren können im Frühjahr. Okay, bleiben wir nochmal bei dem, wo bist du damals das erste Mal als junger mit den Profis gekommen, war das bei Lask oder bei Pushing? Das war bei Pushing damals. Bei Pushing, ja. Genau, das war eh, ich war glaube ich 16 Jahre, dann hat das angefangen. Erstens Profi-Vertrag, oder? Genau, Jung-Profi-Vertrag, wo eben die Thematik war, wo gehe ich hin? Und da war Reed, Blau-Weiß, Lask und eben der FC Pushing, die dann diese Kooperation mit Red Bull Salzburg gehabt haben. Das war aber auch nicht so lang geworden, oder? Ja, weil es einfach, die Situation war so, entweder Liefering oder wir, und das war ja eigentlich, nachdem wir im ersten Jahr den Meistertitel quasi nicht erreicht haben, wäre das Projekt fertig gewesen. Aber nur, weil wir den ÖFB Cup gewonnen haben, und durch das natürlich auch Europa League Qualifikation gespielt haben, ja, haben sie das Projekt quasi verlängert. Und so ist das dann halt noch ein bisschen dahingegangen, aber im Endeffekt war es dann, hat es eine Ablaufdatum gehabt. Das war ein Ultimatum gegeben, man hat es natürlich auch andere die ein bisschen verlängern können, durch den Cup-Sieg, das war eine Sensation, war. Du hast damals im Kader gespielt, im Finale, im Ernst-Happel-Stadion, damals? Im Ernst-Happel war ich auf der Bank, aber bis zum, also im Halbfinale gegen Red Bull Salzburg habe ich gespielt, im vierten Finale gegen Rapid, aber im Finale leider Bankl-Drucker. Aber mitgefeiert hast du, oder? Ja, aber mitgefeiert habe ich, ja. Und dann die Europa League Qualifikation, das war, glaube ich, gegen... Estoril Breyer. Was ist welchen Land waren die nochmals? Portugal. Portugal. Hast du da gespielt? Da war ich mit dabei auch, genau, und war echt eine coole Erfahrung, auch mit dem Flug nach Lissabon und das Estoril, das ist ja, wo die vor einem Landstrecken war, oder ist, und ja, das war eine coole Erfahrung, einfach auch mit gechatterten Fliegeranzug, der Umgebung aus 18-Jähriger, das war schon cool. Ja, ich meine, das ist ja eine Sensation eigentlich gewesen, dass ein Regionalligist den Landescup gewinnt und der in der Europa League Qualifikation spielt und so schlecht hat es gar nicht abgeschnitten, gell? Nein, es war eigentlich... Nein, es war eigentlich... Wart ihr eingefreist der Truppen? Ja, wir waren eine totale Profitruppen, also... Da war der Kabler, wer war alles dabei? Kabler, Casanova, Kerstbaumer, Krammer, Hans-Peter Berger im Tor. Der ist heute noch aktiv, gell? Hans-Peter Berger ist heute noch aktiv, oder? Ich glaube, in China, ich verfolge das zwar nicht so genau, aber... Ja, das war schon ein paar Namen dabei, Markus Blutsch war dabei. Ja, als junges Talent, ja, Schobisberger Philipp, ja, Breppenthal, also da waren schon viele ehemalige Profis auch, die natürlich viel Erfahrung gehabt haben und ohne dem natürlich dieser Erfolg nicht möglich gewesen war. Okay, Erfahrung, was da ist immer so ein Wort. Was heißt Erfahrung im Fußball? Viele Spiele zu haben oder sie wissen, wie es ausschaut, wenn einmal Verlängerung kommt oder wenn einmal härtere Zweikämpfe. Was ist Erfahrung für dich? Ja, einfach verschiedene Situationen erleben, egal in welcher Liga das er ist. Es ist ja in der Oberösterreich-Liga einer, der 200 Spiele in der Oberösterreich-Liga gemacht hat, auch vorher ein Spieler gegenüber einem Jungen, der das erste Mal in eine Kampfmannschaft kommt oder unter Meisterschaftsdruck steht und so weiter. Weil es ist trotzdem ein Unterschied zwischen Akademie und dann Erwachsenenfußball oder Nachwuchsfußball, weil im Kampfmannschaftsbereich geht es nur mal um Ergebnisse, alles andere ist eigentlich irrelevant. Ja, jetzt schaut es eh bei den Brigaden aktuell, steht es dann im Spiel gegen Wölz, direkter Tabellennachbar im ersten Spiel. Ja, es ist der direkter Tabellennachbar jetzt, aber ehrlich gesagt, wir haben jetzt 15 Spiele und wie ich schon vorher gesagt habe, die Mannschaft ist sehr gut jetzt. Wir sind eine intakte Mannschaft, wir haben eine super Chemie drin und ich bin einfach der vollsten Überzeugung, dass wir sehr viele Spiele jetzt auch im Frühjahr gewinnen werden, weil wir eben ein gutes Klima haben, weil wir eine Qualität in der Mannschaft haben, weil wir ein gutes Trainerteam haben und das sind einfach insgesamt sehr viele Faktoren, die den Erfolg bringen werden. Okay, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Noch einmal zum Trainingslager, wie war das in Kroatien? Da hat es ein wunderschönes Wetter gehabt, weil da haben wir kurzzeitig telefoniert. Ja, es war genial, es ist einfach ein Trainingslager, was anderes, wie wenn du daheim in Österreich bei Schnee, Regen und am Kunstrasen trainierst, was auch super ist, weil wir super Bedingungen in den Prägarten haben, in den Kunstrasen, aber trotzdem, du bist als Mannschaft gemeinsam, du sitzt am Abend beieinander, du hast Karten spielen oder wir sind dann halt auch oft in den Park gefahren, haben Champions League geschaut, Dienstag und Mittwoch. Ja, das ist einfach lässig und gemeinsam essen, drei Mal am Tag und dann stehst du am Platz, Montag bis Mittwoch haben wir das beste Wetter gehabt mit 15, 16 Grad, wo du mit kurzen Leibwald trainieren kannst, also die Bedingungen waren einfach top und du lernst dich einfach aus Mannschaft nun eher kennen, du weißt einfach, wie Einzelne auch so privat ticken, auch wenn man sich so gut kennt, trotzdem schon, aber das intensiviert die Beziehung zwischen den einzelnen Spielern, aber auch zwischen Trainer und Spielern und vom Vorstand waren auch welche mit, also das war echt ein sehr gelungenes Trainingslager. Ja, ich sage also Trainingslager immer super, dass man in meiner Nahrungsmannschaft war gehabt, leider erst vor Schluss der Saison, wo ich fast aufgehört habe, aber das bewirkt Wunder. Ja, es bewirkt einfach was, es tut sich was, man entwickelt einen gewissen Spirit, man arbeitet auch gemeinsame Sachen aus, sowas haben wir auch gemacht am Abend im Hotel mit Flipchart und so weiter, also, ja, wo war dein bestes Trainingslager? Du warst das schon oft in deiner Karriere. Ja, die coolste Erfahrung, das war aber kein Trainingslager, sondern eigentlich ein Turnier, das war die U20-Weltmeisterschaft in Neuseeland, ÖFB-National im U20, das war halt trotzdem eine unglaubliche Erfahrung, wo wir in den Rugby-Stadien dann auch die Turniere gespielt haben, wo wir im letzten Gruppenspiel Argentinien rausgekaut haben, aber da gibt es trotzdem, es hat ja jede Reise so ein bisschen einen besonderen Wert gehabt, wobei ich jetzt trotzdem sagen muss, dass, ja, das in Ruwin jetzt nur mehr drauf gehabt war, weil ich einfach mich so wohl im Prägorten fühle oder auch generell jetzt so, wie alles wieder läuft in meinem Leben, einfach, ja, ideal ist es gerade. Und ja, dann hat es auch die U19 in Ungarn gegeben, wo wir im Auftaktspiel ausverkauften Haus gegen Ungarn 3-0 gewohnt haben, wo ich dann das 2-0 gemacht habe und die ganzen 10.000 gegen die sind, das ist halt dann, das sind schon coole Erfahrungen und im selben Hotel waren die Deutschen mit uns, mit Superstars, wie die jetzt Champions League spielen und so weiter. Wie war das denn? Bei der U20 gewesen, war glaube ich, bei der U19 eben war der Brand, dann der Kimmich und so weiter, also das waren schon coole Erfahrungen. War geil, hast du gute Kontakte geschnürt damals, bekannt hast du halt? Ja, man sieht sich halt am Gang und beim Essen bist du halt ab und zu gemeinsam gewesen, aber ja, die sind trotzdem auch in einem anderen Tunnel drin, sage ich jetzt einmal. Du musst halt, ja, nicht so viel Kontakt haben. Ja, dann bleiben wir gleich ein bisschen bei der Nationalmannschaft. Du hast damals als ambitionierter Akademiespieler bei Pushing damals, gell? Oder war das die Akademie von Linz, da bin ich mir jetzt nicht sicher? Es war fließend. Ja, genau, das war immer wieder, weil ich habe im System nachgeschaut, da bin ich mir jetzt deswegen nicht so sicher. Dann bist du irgendwann einmal berufen worden, da warst du eigentlich fast jede U durch, von der U16 bis zur U21. Genau, ja. Und die Highlights, wie erwähnt, der UEM in Rumänien und ins U20-Tornier, war das WM noch? Die U19-EM in Ungarn, genau, das war das Highlight, wo wir auch ins Halbfinale gekommen sind. Wo wir im Halbfinale dann halt, ja, gegen Deutschland. Konrad Leimer war damals dabei und der Chava Schlager, oder? Nicht? Boah, der Leimer war sicher dabei, der Chava glaube ich nicht bei der U19-EM. Nein, aber der Konrad war fix dabei und dann halt die U20-WM, das war sowieso. In der Seeland ist eine komplett andere Welt, da braucht man mal lange, dass man hinkommt. Ja, weil der Flug war, das war das Einzige, den Flug brauche ich nicht mehr. Ja, aber ich meine, wie ist das dort, das ist eine komplett andere Welt. Da herrscht eine andere Logik in der Seeland, oder? Ja, mir ist vorgekommen, die Leute sind wesentlich entspannter. Okay. Ja, wir waren trotzdem sehr fokussiert aufs Turnier, natürlich haben wir sich gewisse Sachen auch angeschaut, aber wir waren halt nicht aus Touristen dort, sondern wir haben halt, ja, das Turnier gespielt, haben uns die ersten zwei Wochen auch klimatisieren müssen. Du hast ihn ja trotzdem drei, vier Tage gebraucht einmal, bis du den Jetlag ablegst, also immer noch zwei Tage angehumpft, das erste Mal mit dem Ball trainiert haben, bis du hervorgekommen wie ein Grobmotor, also das war ein Wahnsinn. Du hast kein Ballgefühl gehabt, aber eh da mit der Zeit, dann waren wir auch eh Wanderungen haben wir gemacht und dann haben wir sich gewisse Sachen auch angeschaut, also. Ist das direkt heiß oder wie ist das Klima? Ja, wie wir dort waren, war bei uns gerade Sommer, also das Turnier war im Juni, Mai, Juni, genau. Und da war halt dort gerade Winter, also, man hat auch trotzdem 10 bis 20 Grad gehabt, also, aber jeden Tag, aber in Australien ist so richtig heiß, dort, aber in Neuseeland war es halt, jeden Tag hat es einmal geschüttet, das war unglaublich, also, das war, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, also, wie bei uns, das Unwetter, hat es da jeden Tag einmal geschüttet, das war echt, ja. Das heißt, die Highlights waren die eben in Rumänien und das in Neuseeland? Ungarn, genau, Ungarn und Neuseeland. Ungarn, eigentlich habe ich, glaube ich, in Rumänien. Das heißt, da hat es das Halbfinale erreicht? Genau. Der war da auch noch dabei, war da der Pellegrini auch dabei, der war auch in der Nationalmannschaft? Nein, das war auch im 96er Jahr gegangen, also, da war Grilic war dabei, der Linhard Philipp, dann im Tor der Casalitino, Michael Päder, Michael Päder, ja, ich meine, dann Grube Gvalentino. Ah, Grube Gvalentino, ja, genau. Das ist ein interessanter Typ. In der Nationalmannschaft, wer waren deine Trainern dort? Der Heraf, Andreas Heraf, genau. Von wem hast du am meisten gelernt von den Trainern her, oder hast du eine Stange am Trainer gehabt? Boah. Du sagst, früher, Akademie. Von wem habe ich am meisten gelernt, ich muss eigentlich den Großvater sagen. Und Dolphi Plutsch. Dolphi Plutsch, ja. Laske-Legende. Das war ja der Mentor, gell? Ja, der hat mich einfach als kleiner Bursche, mit dem war ich jeden Tag, seitdem ich fünf bin, am Fußballplatz, im Käfig hat das geheißen, das ist halt so ein kleiner Funkort gewesen. Oder wenn er mich von der Schule angeholt hat, dann haben wir am Parkplatz noch, bevor wir am Mittagessen gegangen sind, zur Oma, haben wir noch hin und her gepasst. Aber von wem ich am meisten gelernt habe, kann ich es eigentlich so gar nicht sagen. Also es hat jeder Trainer... Aber der Opa ist definitiv die wichtigste Figur im Fußball, also der ist immer hinter dir gestanden, und der größte Unterstützer. Ja, der ist halt von Beginn an immer dabei gewesen. Und ich habe zur selben Position gespielt, weil ich habe gesehen, er war im Mittelfeld. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Position, aber... Der Opa war vielleicht, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen mehr, der hat mich reingekaut als ich. Das war eher der defensivere Sechser. Ich bin halt trotzdem eher acht, zehn. Das sind so... Ich kenne das Zehner mehr. Ja, Zehner ist die Lieblingsposition, aber auch der Box-to-Box-Spieler, also weil ich halt trotzdem sehr laufstark bin, ist halt meine Lieblingsposition. Hab ich am Freitag gesehen? Ja, wobei Freitag, muss ich gestehen, habe ich mir ein paar Prozent rausgenommen, weil trotzdem jetzt am Samstag das wichtigere Spiel ist, und ja, die Vorbereitung trotzdem lang und anstrengend war. Wie viele Spiele habt ihr gehabt? Ja, viele Spiele, viele Trainings, und ja, trotzdem, ich habe wieder keine Minuten verpasst. Gefreie mich voll drüber. Aber trotzdem war mir jetzt wichtig, dass ich am Samstag mit 100 Prozent in das Spiel gehen kann. Okay, bleiben wir nochmal beim Opa. Also, ich muss da aufschreiben, der Opa hat echt interessante Stationen auch gehabt. Der war bei Austria-Wien, da hat er angefangen, ist eigentlich ein Wiener. Genau. Dann war er bei Sydney in Australien, nicht weit weg von Neuseeland. Nicht weit weg, ja. Dann ist er, ich weiß nicht, ob das so stimmt, er ist zu Weihnachten nach Österreich zurückgeflogen und hätte eigentlich zurückgekommen sollen nach Australien, gell? Und er ist einfach in Wien blieben, oder? Ja, der Opa war immer einer, der hat das getan, was er glaubt hat, und er sagt ihm das, was er sich denkt. Also, er ist ein sehr gerader Michel, hat ihm oft keine Freunde gemacht, aber das schätze ich an ihm, weil er einfach, ja, das sagt, was er sich denkt und was auch Sache ist. Und ihm waren halt gewisse Sachen dann auch, ja, er hat seinen Schell immer durchgezogen. Na, cool. Nein, dann, wie er dann in Wien geblieben ist, war er wieder bei Austria-Wien. Dann ist er zu den Schwarz-Weißen, Lasskummer, Meister, der letzte Meistertitel, gell? Genau. Wiener Sportclub, Austria-Salzburg, ich meine, du musst jetzt nicht zu jedem was sagen, aber ich möchte es halt für ein bisschen erläutern, Vorarlberg, da hat er die Karriere beendet, auch schon als Spielertrainer, da ist er ins Trainerbusiness eingestiegen. Ja, und Vorarlberg ist, glaube ich, trotzdem so eine ganz wichtige Station, weil er da seine jetzige Frau, also meine Großmutter, kennengelernt hat, und, ja, dort, also wenn er quasi trotzdem, wenn er dort meine Großmutter nicht kennengelernt hat, gab er es mir nicht. Das ist logisch. Also, dem her ist, glaube ich, das ist trotzdem das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Ich meine, natürlich erzählt er mir immer, wo was war, aber ich glaube trotzdem. Das heißt, das Ländle war bei ihm sehr prägend? Ja, das Ländle ist sehr prägend, genau. Ja, dann ist er Trainer worden, eh, Vorarlberg, wo er sehr wichtig war für ihn. Rapid war er Trainer, beim Lask? Rapid, nein. Rapid Vienna, glaube ich, hat das geheißen. Ach, Rapid Vienna, okay. Rapid Wien war er nie. Nein, Rapid Wien war er nie. Okay, dann habe ich falsche Informationen. Vielleicht habe ich mich irgendwo verschaut. Bei Lask, FAC, Austria-Salzburg war er. Ja, damals Austria-Salzburg für die Inge-Generation, war ein großer Verein. War jetzt Red Bull halt, ja. Damals habe ich eigentlich auch öfters mal Europa gespielt. Genau. Sehr bekannt gewesen. Lask, dann war er mal in Polen, in Katowice. Wiener Sportclub, vorwärts, blau-weiß und 2008, vor 16 Jahren, die letzte Station in Gmonten. Genau. Und war er mal dein Trainer auch, oder? Hast du mit Wärm gespielt? Nein. Das ist nicht das gleiche. Aber so hat er dir viel gesagt, oder? Ich habe dir Tipps gegeben und sehr viel Individual-Trainings. Wo habt ihr das gemacht? Ja, bei uns zu Hause. Wir haben da so Hügeln und einen Berg und einen Fußballplatz. Der Opa war ein Schleifer. Kommt das von früher, das Schleifen? Weil früher war das möglich. Ich weiß nur einmal, sind wir beim Essen gewesen. Und dann, ja, der Oma hat halt Schnitzerl gemacht. Und ich wollte halt eine zweite Portion haben. Und dann hat er gesagt, nein, er braucht nichts mehr. Ich dachte, was ist jetzt los? Ja, dann sind wir Kirschlag raufgefahren. Im Sommer, Hochsommer. Und dann hat er mich die Skistrecken zehnmal auf und an rennen lassen im Vollsprint. Und er ist halt oben gestanden, wie der Winitu sagt, Mama oder der Oma auch immer. Und hat runtergeschaut und hat gesagt, okay, komm, komm. Und dann war ich 14. Aber mir hat es Spaß gemacht. Und ich hätte, glaube ich, trotzdem vieles nicht erreicht, wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich. Das wird dich da gleich vor. Ich profitiere jetzt trotzdem noch, weil ich lebe, oder mein Spiel lebe trotzdem auch von der Fitness. Und macht mir aber auch trotzdem sehr viel Spaß. Ich gehe halt auch gerne laufen, Rollfahren. Also das sind auch so ein bisschen meine Hobbys. Ja, und der Harald Kondert hat mir gesagt, dass ich dürfe das Laufen. Aber der Opa, der hat dich sehr geprägt. Also du warst nicht da, wo du bist, wenn der Opa nicht war. Nein, es war ja natürlich auch so. Ich bin bei meinen Großeltern im Haus aufgewachsen. Und ja, der Opa war immer die erste Ansprechperson. Natürlich mit meinem Vater auch, aber Opa war ich da immer sehr präsent. Okay. Dann kommen wir mal zu dem Teil, weißt du, da sagst du, bist du wie fit. Da bist du jetzt gegangen worden, bist du vor einem Jahr, also knapp genau einem Jahr. Da hast du ja auch trotzdem trainiert. Ja. Da hast du relativ, das ist bei dir damals so gegangen, ich glaube, auf einen Tag hast du die Diagnose gekriegt. Nächsten Tag bist du operiert worden. Genau. Wie hast du das eigentlich gemerkt, dass da was nicht passt? Das ist ja ein bisschen ein Glück, dass du so bald aufgekommen bist in dem Stadion. Ja, bald bin ich nicht draufgekommen. Ich habe leider schon Metastasen gehabt. Aha. In die Lymphknoten. Also ich war schon fortgeschritten. Aha. Aber ich habe eigentlich, ja, mein, blöd gesagt, ein bisschen Leistenprobleme gehabt, aber als Kicker, wenn du einmal die Leisten zwickt, denkst du jetzt nichts, muss ich ehrlich sagen, das war dann auch weg. Und dann habe ich normal trainiert am 27. Jänner vor Heim, habe gegessen, habe mich niedergelegt und auf einmal, ja, waren das richtige Schmerzkoliken. Also das, ich habe nicht einmal mehr irgendwie aufrecht sitzen können, sondern habe mich zusammengerollt wie ein Embryo, weil es einfach nicht mehr ausgefallen hat. Dann habe ich meine Mutter angerufen, die Gott sei Dank nicht weit weg war von mir. Und hast du da auch, oder? Genau, ich war ja in einer kleinen Wohnung in Hufa, 500 Meter weg vom Elternhaus, also ideal. Und habe halt gesagt, bitte fiel mir ins Spital, ich halte es nicht mehr aus. Und das heißt wirklich, was werde ich daran schon sagen, dass meine Schmerzgrenze sehr, sehr hoch ist, aber das habe ich nicht mehr ausgefallen. Und dann, eine Stunde später war ich schon die Diagnose da. Ja, da war die Diagnose gleich da. Ja, war es dann gleich einmal Schock für dich, oder was hast du gleich gesagt? Es gibt, wie du in dem Zitat gesagt hast, nur eine Lösung. Ja, Schock war natürlich einmal ein gewaltiger da. Trotzdem auch, wenn die Mama daneben ist, die natürlich meistens leiden die Angehörigen mehr als du selber. War natürlich sehr, sehr zart, aber ich habe dann am nächsten Tag gleich mit meinem besten Freund und mit der Family mich ausgetragen. Und habe dann eigentlich auch nicht recht viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und auch die Ärzte haben gleich in den ersten Gesprächen gesagt, das wird wieder. Und war dann eigentlich relativ, ja, entspannt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war jetzt nicht... Und du bist trotzdem positiv blieben? Ja. Du bist trotzdem optimistisch, sage ich jetzt einmal. Ja, weil mir einfach auch gleich die Nachrichten, die ich gekriegt habe von meinen besten Freunden, von der Family, einfach gut getan haben. Und ja, ich habe dann eigentlich auch gleich versucht, dass ich schaue, was kann ich jetzt machen. Wer waren die besten Freunde, also wer sind die? Ja, also ich bin ja gesegnet mit sehr vielen guten Freunden. Ich will jetzt eigentlich gar keine Namen nennen, weil wenn ich mich vergisse, das kann ich auch sprechen. Ist okay, ist okay. Nein, wir haben da wirklich eine größere Gruppe, wo man sagen kann, es ist ein super Team. Und dann auch aus meiner Schulzeit, noch zwei, drei und aus Wiener seid ihr ein Freund und der aktuelle Zeugwort beim Lask ist einer meiner besten Freunde. Ja, also da ist auch, das sagt auch der Opa immer, also er ist wirklich beeindruckt von dem, was für ehrliche Freundschaften ich da habe. Und eine langhaltende aus der Schulzeit. Ihr paar Freunde aus der Schulzeit, das ist schon was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes und ich weiß einfach, auch wenn man sich vielleicht jetzt aufgrund jedes beruflich tätig, ein paar haben schon Kinder, Familie, Freizeit, Hobbys, dass es nicht so viel Zeit bleibt, so wie es früher halt war. Aber wenn man sich dann sieht, weiß man einfach, oder wenn Probleme sind, Probleme sind wir jetzt wieder bei dem Wort, aber wenn einfach Themen sind, wo man Unterstützung braucht, wo man Unterstützung braucht, sind sie einfach immer für die da. Und ja, da bin ich wirklich gesegnet. Nach der OP, wie hat das dann da, dann hast du aber Genesungszeit gehabt, wenn du nicht darüber reden willst, weißt du nicht, so wie ich es mitgekriegt habe, du hast jetzt nicht so ein Problem damit, dann hast du viel schneller an die Chemo gekommen, wie hat das dann alles ausgeschaut. Die OP hat einmal funktioniert. Die OP ist super verlaufen, bin dann eigentlich gleich am nächsten Tag, wo sie eigentlich gesagt haben, ich habe einen Vogel aufgestanden und ein bisschen spazieren gegangen. Das tut mir nicht, oder wie? Sie haben gesagt, wenn es geht, ja, aber ich muss halt aufpassen, das sollte ich, sehr klar. Das heißt, liegen kann daher ein Blutschnitt, oder? Nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus, nein. Ich habe dann eh immer jeden Tag Besuch gekriegt, eh von meiner Freundin, von der Family. Bin dann eigentlich schon am dritten Tag immer spazieren gegangen, zwar noch nicht so weit, aber mir ist es wirklich sehr, sehr gut gegangen. Aber nie allein, oder? Weil allein ist schon ein bisschen alles klar. Nein, ich war nie allein, nein. Ich war nie allein, also da eh, muss ich sagen, egal ob es jetzt dann meine Mutter war, mein Vater, der Opa, meine besten Freunde, der Otto Jung, die waren immer da. Und dann eigentlich, nach fünf Tagen bin ich mal heimgekommen. Habe aber dann schon gewusst, dass ich in fünf Tagen später hinein muss wieder wegen der ersten Chemo. Und wie hast du das vertragen, die Chemo? Ja, eigentlich relativ gut. Bis auf, also es war immer so, das waren ja solche Zyklen. Wie ist das gegangen? Das heißt, die erste Chemo, wie lange dauert das noch die nächste? Also es waren drei Zyklen. Was ist ein Zyklus? So ein Zyklus hat 21 Tage dauert, wo Tag eins bis fünf war ich im Spital, kriegst halt Vollpfeffer. Also da hainst du alles rein, was halt nur geht. Aber dass du fit bist, also weil du warst ja immer fit, das hat sicher auch geholfen beim Genesungsprozess. Ja, absolut. Also es war ja dann wirklich, ich habe dann nach dem ersten Zyklus, ich war dann auch während dem ersten Zyklus schon jeden Tag spazieren. Und dann, wie die fünf Tage vorbei waren, dann waren schon immer noch die fünf starken Tage, zwei, drei Tage, da war ich gefühlt kaputt. Ich habe das immer so beschrieben, das fühlt sich dann so aus, weißt, jetzt drei Tage einen Vollrausch gehabt und 40 Grad viel war dazu. Also da bist du, da geht nicht mehr viel. Da bist du erledigt. Da habe ich 500 Meter, bin ich 500 Meter gegangen, war hin. Und dann bin ich aber eh schon nach die, aber das war dann wie, blöd gesagt, wie wenn du mit dem Finger schnippst nach drei Tagen, habe ich dann gemerkt, hey, eigentlich geht es wieder recht gut. Und dann habe ich eigentlich eh noch einen dritten Tag, habe ich dann wieder einmal das Laufen probiert, weil ich habe trotzdem... Hast du das dürfen, oder? Sobald nicht, laut Arzt nicht, aber ich habe trotzdem auch andere Meinungen geholt, nicht nur von Ärzten, sondern auch von Physios und von einem sehr guten Freund unserer Familie, auch so eine Art Mentor neben meinem Großvater, der Jung Otto, der mich eigentlich seit dem zwölften Lebensjahr immer begleitet hat, auch in meiner sportlichen Karriere. Kannst du das Jung Otto, ist er Manager, oder? Nein, wie soll ich das am besten beschreiben, den hat mein Opa schon in seiner Zeit bei Steyr als Fitnesstrainer. Aha, ok. Ja, Trainingsunterstützer quasi gehabt und der hat auch mich da hingebracht, wo ich hingekommen bin und auch in den Zeiten, wie ich das mit der Stoffwechselerkrankung gehabt habe und dann auch jetzt während der Chemo war einfach er, mein Unterstützer und auch mir einfach in allen Bereichen geholfen, der hat dann schon gesagt, nein, probier es einmal und ja, ich bin dann trotzdem, ich bin nur für meine Verhältnisse 6 Kilometer geredet, aber mit einem... Überall, du sagst 500 Meter bis 1 Kilometer, aber 6 Kilometer ist auch nicht wenig. Ist das für irgendwelche Menschen, die das Chemo trinken? Nein, aber trotzdem, da merkst du trotzdem, was diese Chemo so gut, dass es, Gott sei Dank, dass es gibt, aber was dich mit deinem Körper anrichtet, also ich bin, ich mache immer zwei Nachten einen Halbmarathon in der Früh gleich, also das ist so ein bisschen ein Ritual von mir und da bin ich am 24. Dezember, weiß ich noch, in einem, nicht lockeren Bereich, aber in einem Grundlagenbereich einen Halbmarathon einfach in eineinhalb Stunden geredet, also das ist halt schon deutlich unter 5 Minuten Schnitt und dann halt die 6 Kilometer mit 6 Kilometer, 10 Minuten am Kilometer und dann war ich aber nachher finito. Aber ich habe dann trotzdem gemerkt, mit dem Tag, mit dem Tag ist es wieder besser geworden und ich war dann eigentlich gegen Ende von dem Zyklus, also... Hast du schon wieder fit gefühlt? Hast du schon in Grataschowitsch angerufen? Ich habe gesagt, Trainer, geht schon wieder. Aber es hat auch Phasen gegeben, bevor wir noch zu den nächsten Zyklen kommen, und du hast relativ bald auch schon mal in den Ball gekaut, weil das hat dir keine Ruhe gegeben, wie in den Ball ein bisschen was gemacht. Ja, ich bin dann trotzdem auch, wie ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, zu den Jungs nach Prägarten gefahren, weil ich mich einfach anlenken wollte. Ich wollte einfach, ich wollte nicht an das denken, sondern einfach, ich habe geschaut, ich beschäftige mich, ich wollte dann einen Rhythmus in meinem Leben haben. Ich habe dann eh für mein Studium, ich habe ja noch ein berufsbegleitender Studium, ich habe einfach für mein Studium was gemacht. Es ist natürlich nicht so gegangen wie sonst, weil du trotzdem mehr schnell armiert wirst und mehr Schlaf brauchst wie sonst, aber ich habe trotzdem studiert, ich war mit dem Hund spazieren, ich war trainiert, ich habe mich mit meinen Freunden getroffen. Also ich habe einfach geschaut, dass ich mich den ganzen Tag beschäftigt. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Na gut, du hast gesagt, du bist noch Prägarten zur Mannschaft rausgefahren, jetzt bist du schon vier Jahre dort, die Mannschaft hat dir auch viel geholfen zu dem Zeitpunkt. Auch der Trainer, der hat dir öfter angerufen. Ja, also Samir Gradaschow. Samir hat mich, glaube ich, jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag angerufen, gefragt, wie es mir geht. Und auch die Jungs, die Unterstützung, die ich gekriegt habe vorhin, also es war einfach, ja. Hat euch diese Mannschaft da stärker gemacht? Ich glaube, im Verein schon, ja. Insgesamt im Verein. Und da sieht man einfach, wie wichtig das eigentlich Freundschaft ist und auch Kollegialität. Und das hat man einfach, was einem der Fußball eigentlich auch im Unterhaus zurückgibt wieder. Einfach auch dieses Netzwerk. Und wir haben dann auch Leute geschrieben, was du denkst, das gibt es gar nicht, dass sie an mich denken. Aber das motiviert haben dann auch wieder. Und eh, da merkt man trotzdem wieder, wie, auch wenn ein Blatt selber vielleicht ab und zu der Konkurrenzkampf groß ist und auch Emotionen sind, wo man vielleicht ungerecht ist. Aber im Endeffekt, wenn es dann ernst wird, so wie es bei mir halt war, halten alle zusammen. Und das hat mich schon sehr, sehr positiv gestimmt. Also das war echt überragend und auch positiv überrascht. Und wann hast du dann gewusst, nach wie vielen Zyklen, hey, jetzt bin ich beim Berg und jetzt gehe ich wieder das Mannschaftstraining aus? Ja, es war sowieso vorgegangen, dass ich drei Zyklen habe. Die waren dann Anfang April fertig. Und ja, dann hast du halt deine Kontrollen, wie es halt so ist. Und was ich auch gut finde, weil trotzdem, du weißt nie, was im Leben kommt. Ich war immer ein Mensch, der, sage ich mal, sehr, sehr gesund gelebt hat. Sehr wenig Alkohol drungen, jeden Tag Spark gemacht, viel geschlafen, immer geschaut, dass ich mich gut ernähre. Ja, und trotzdem passiert sowas. Das kannst du einfach nicht ändern. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser gesunde Lebensstil mir einfach in dieser Situation so viel geholfen hat. Und du bist eigentlich in Rekordzeit zurückgekommen. Wie war der Trainingseinstieg dann? Du bist ja einer, so wie Sie, ich bin gerade auch schon ein bisschen Kontakt gehabt, da hat man gesagt, eigentlich wolltest du immer mehr, aber ich habe dich ein bisschen tosieren müssen. Ja, ich habe mich bremsen müssen, ja. Was eh im Endeffekt dann auch sehr, sehr gut war. Ich habe aber dann trotzdem eine Woche nach der letzten Chemo einfach einmal angefangen, dass ich mittraine, das was halt geht. Und habe aber eh, wie ich schon vorher gesagt habe, mit jedem Tag ist das so viel besser geworden. Und eben, weil der Zykluss wieder neu war, dann ist es wieder... Ja, natürlich fährst du wieder runter, aber einfach auch, weil ich schon während der Chemotherapie dann auch mit dem Otto und auch mit der Mannschaft schon ein bisschen was gemacht habe. Aber ich bin jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Grafkammer gestanden. Und habe auch Lauftraining gemacht, Radl-Training, Stabilisationstraining. Also ich glaube wirklich bis auf die zwei, drei Tage nach dem starken Teil jeden Tag trainiert. Okay, ja dann kommen wir eigentlich jetzt mit dem ersten Spiel, was du wieder spielen hast dürfen. Ja. Das war im Mai, glaube ich. Habe ich es richtig? Nein, das war Mitte April. Mitte April schon, okay. Cup, jetzt weiß ich nicht, Viertelfinale oder was war das? Cup, Viertelfinale. Viertelfinale, genau. Kassen hat, zehn Minuten, gell? Also ich weiß nicht, was der Samir gesagt hat, aber da muss ich auch lachen. Genau, er hat gesagt, ja, ich fahre mit und ich habe gesagt, ja, Trainer, zehn Minuten, mehr geht es nicht aus. Hast du zu ihm gesagt? Ja. Ah, okay. Habe es sogar ich gesagt. Okay, das ist interessant. Ich habe gesagt, ja, passt. Dann haben wir trotzdem, weil wir einen sehr kleinen Kader gehabt zu dem Zeitpunkt, auch trotzdem viele Ausfälle. Und dann hat sich beim Aufwärmen der Schröger, Sebastian, ein bisschen weh da und hat gesagt, der kann, glaube ich, nicht spielen. Dann ist der Samir gekommen, vor dem Spielen, sagt Markus schon von Anfang an, sage ich, nein, geht es nicht aus, trennen. Und dass ich sowas sage, das heißt viel, weil ich spiele mit mir ein Brach im Fuß, wenn es geht. Nein. Aber es hat dann eh gepasst. Es hat dann eh gepasst. Die Vernunft ein bisschen gesiegt, oder? Ja, der Sebo hat dann gespielt. Aber es war dann trotzdem. Ich habe dann aufgewärmt ab der Halbzeit und in der 60. Minuten ruft er mich. Dann denke ich mir, ein paar Trainer. Ja, wurscht, trotzdem spielst du und ich stehe im Feld und fühlst dich halt bis bei 50%. Aber ja, ich bin dann reingekommen und dann haben wir es 2-1 gekriegt. Dann habe ich schon gedacht, jetzt ist es vorbei. Dann haben wir aber noch 2-2 gemacht und dann ist es in die Verlängerung gegangen. Warst du beteiligt? Hast du eine Chance gehabt oder siehst? Nein, am Tor selber nicht. Ich war ja trotzdem ein Fremdkörper in dem Spiel. Ich habe halt ein paar Kontakte gehabt, aber ich war dann ehrlich gesagt froh, wie dann auch die Verlängerung vorbei war. Hast du dich schon mitgemacht? Ja, ich war ja trotzdem ein Fremdkörper. Aber wie es gesagt worden, dann als Meter schießen, du hast gleich gesagt, den letzten Schießen. Den letzten Schießen. Ich bin ein Fremdkörper, ich bin ein relativ souveräner und sicherer Ölverschütze und bin auch nicht recht nervös, normalerweise. Ja, da war ich schon nervös, keine Ahnung warum. Ich habe vielleicht das Lust, dass alle auf dich schauen, weil trotzdem das war ja medial vertreten, das Ganze. Ja, und dann habe ich den letzten geschossen, sehr schlecht geschossen, habe ich also halt reingekullert. Wo hin? Links, rechts? Rechts unten. Von mir aus gesehen. Stange reingekullert. Ich glaube, ich habe um einen Ball auch noch draufgetreten und nein. Hat schon lange dauert, bis du auf einen Elfmeterpunkt zu wenig gekommen bist. Ja, gefühlt ewig, aber dann wie er reingefallen ist, war es eine schöne Situation. Eine unglaubliche Moment, alle hergekommen und das war das Highlight deiner Karriere, oder? Ja, definitiv. Nach dem ersten Spiel, das du gesagt hast, das wichtigste Spiel hast du gewonnen, aber neben dem kommt gleich das nächste, oder? Der Elfmeter, der war symbolisch, oder? Ja, war einfach dann auch, solche Geschichten schreibt dann auch wieder nur der Fußballer, dass ich dann auch den entscheidenden Elfer reinhabe. Ja, vor allem, weil wenn es nicht bis zum fünften Elfmeter kommt, was der Samir zu mir gesagt hat, wenn der nicht kommt, schierst du den nicht. Und er sagt, das war Schicksal, dass das so passiert, sagt er. Das war Schicksal, dass der vierte Elferschütze von ihm verschierst und ich als letzter Spieler von uns entscheidest, ja. Gelegenheit habe, den entscheidenden Elfmeter zu haben. Ja, und die nächsten Spiele dann, wie viel hast du dann gespielt, also auch wieder so sukzessive Aufbaut? Ja, sukzessive. Also ich habe dann die nächsten zwei Spiele, einmal Jogger, einmal 20 Minuten, dann einmal 30 und dann ist es eigentlich schon ab Anfang Mai losgegangen und ich habe 90 Minuten gespielt. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, es wird besser. Wieder da, ja. Ich habe dann gegen Ende, Ende Mai dann auch schon wieder getroffen, gegen Wallern und gegen St. Martin im letzten Spiel. Der Wallern war Aufsteiger. Genau, ja. Und habe dann schon meine 90 Minuten wieder gespielt. Schön. Ich kann mich erinnern. Es ist wirklich schon relativ gut gegangen, ja. Ich habe das mit dir alle auch verfolgt. Ich kann mich erinnern, irgendwann einmal in der Hinrunde war es relativ bald in Öt, da kann ich mich erinnern, der Blutsch ist schon in der Startaufstellung. Das hat mich ein bisschen gewundert, weißt du, dass du wieder so fit bist. Es ist eigentlich relativ schnell gegangen. Gott sei Dank. Ja, es ist wahnsinnig schnell gegangen. Also ich traue mir wirklich zu sagen, dass ich mit Anfang Mai schon wieder wirklich sehr, sehr fit war. Ja, und hat es eben einen Moment gegeben, wo du sagst, hey, jetzt ist irgendwas anderes als ich rier? Oder bist du jetzt wieder komplett dasselbe Blutschi, wie man die gerne nennt? Nein, ich bin definitiv nicht dasselbe. Was schon ist, ich bin entspannter geworden. Ich war eine Art Perfektionist. Aha. Ich war oft, bin mir vielleicht ab und zu sogar selber im Weg standen, als junger Spieler, weil ich sehr verkrampft war. Verkrampft, aber ich war halt wirklich, ich bin jetzt nach wie vor sehr, sehr ehrgeizig und das zeichnet mich aus. Aber ich habe in gewissen Situationen gelernt einfach, du musst, es läuft nicht immer alles nach Plan. Perfektion ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass immer alles zu 100 Prozent passt. Genau. Okay. Aber ich traue mir jetzt an, körperlich, wie ich jetzt wieder beieinander bin, besser, noch besser. Weil ich habe jetzt im November, Dezember, Jänner, nur mehr sehr, sehr viel Zeit investiert in meine körperliche Fitness. Was ich natürlich immer tue, aber jetzt halt nur mehr, ich weiß nicht, ob ich wissen will. Für mich selber. Ich bin aber einfach mental stärker geworden. Also das traue ich mir definitiv so. Okay. Passt, dann gehen wir eigentlich weiter. Das letzte, Lask, der war so, Lask Blau Weiß, der war das erste eigentlich auf der Google. Warst du da im Stadion? Nein, ich war zu dem Zeitpunkt Poltern von einem, also da war die Polterrei von einem meiner besten Freund in Bratislava. Ah, okay. Aber hast du das mitgekriegt? Die Durchsage? Ja, genau. Wir haben es dann die Videos geschickt. Ich habe von dem Ganzen null gewusst. Und ich bin dann halt von der Polterrei, sage ich mal, früher heimgegangen ins Hotel und habe dann die Videos auf mein Handy gekriegt. Und bin dann alleine im Hotelzimmer gegangen und dann sind schon die Bären geflossen. Der hast du berührt, ja. Das war der Wolfgang, der Stadionsprecher von Lask. Genau, der falsche Wolfgang. Mit dem hast du ja auch früher schon Interviews gehabt. Genau, ja. Seit 1998 habe ich mir auch geschaut. Gibt es das auf YouTube? Ein sehr interessanter, junger Blutsch. Ja, ich glaube in Siede war das, oder? Ja, genau. In der Türkei. Da hat er auch noch hoher. Heute hat er Klotzner aufgehangen. Er war ein super Typ. Ja, das war ein Moment. Der war ein paar. Also das ist für die Leute nochmal erklärt. Lask und Blau-Weiß spielen das erste Mal wieder Derby seit langer Zeit auf der Google. Volle Hütte ist das erste Mal ausverkauft. Die Neue Reifersen Arena in der 20. Minute ungefähr hat es eine Unterbrechung gegeben. Und da hat der Lask Stadionsprecher für den Markus eine Durchsage gemacht, dass alle Bayern stimmen bei der Bruno-Wahl für den beliebtesten Amateur-Spieler, den du gewonnen hast. Genau. In dem Sinne nochmal, Wolfgang, danke, falls du es dann ausschaust. Ich habe mich wirklich sehr, sehr berührt und du hast mich zum Reihen gebracht. Aber positiv. Aber positiv, ja. Dann das Derby davor 2017. Das war ein besonderes Derby für dich. Ah, wo ich viel Blau-Weiß gegen den Lask gespielt habe, oder? Wo ich es 1-0 gemacht habe. Genau. Da haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keine Freien gemacht. Aber ich hoffe, es nimmt mir keiner mehr Bass von der Lask Seite. War trotzdem auch ein cooler Moment für mich selber. Ja, trotzdem, Linz ist meine Heimat. Ich habe für beide Vereine gespielt. Und dass ich dann halt trotzdem als Lask gleich spiele, für Blau-Weiß-Linz im Derby anzuwischen. Ja. In England ist das eigentlich verboten. Ja. Ich habe auch gejubelt, muss ich auch zugeben. Aber da denkst du halt auch nicht daran, dass du nicht jubeln darfst. Muss ich ehrlich sagen. Weil da hat es ja die Sache gegeben bei Bayern. Als du das Mitglied hast da in Leverkusen. Stanisic hat das 1-2-0 geschossen gegen Bayern, obwohl er Leihspieler ist. Und dann ist das aufgekommen. Okay. Ja, aber es sind trotzdem coole Momente. Aber weißt du, wer das 1-1 geschossen hat? Ragutsch. Ja, Ragutsch. Ja, genau. Und wer hat den Ball angefischt? Weißt du das noch? Mein Ball? Angefischt. Boah. Verteidiger vom Last. Ja, ja. Der hat schon aufgehört, glaube ich. 15er, glaube ich, hat er öfters gehabt. Christian. Der Ramsebner. Genau. Spielt der noch bei St. Pölten, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt spielt. Ich glaube, der Ramse spielt bei St. Pölten. Echt. Lang wird er nicht mehr machen. Aber das ist ja schon damals schön. Also in der Europa League-Zeit vom Last gewusst. Ismail war er schon über 30, glaube ich. Lang dürfte er nicht mehr machen. Genau, weiß ich es nicht. Na, okay. Schauen wir mal, was ich da nur auf meinen Titel habe. Die Bundesliga verfolgst du eigentlich auch aktuell am meisten, oder? Österreichisch, ja. Ja, also ich bin jetzt grundsätzlich keiner, der viel Fußball schaut. Braucht viel Zeit, oder? Mich freut es nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber Highlights und so danach in dieser Zeitung? Ja, und wenn ich zum Beispiel am Samstag Nachmittag im Fitnessstudio bin und am Radl sitze am Ergometer jetzt in der Zeit, dann mühen wir das iPad mit und dann schaue ich mir schon ab und zu eine Konferenz. Aber Ergebnisse verfolge ich, das ist eh klar. Aber ich bin jetzt keiner, der regelmäßig ins Stadion geht, oder regelmäßig vor dem Fernseher sich die Fußballspiele ausschaut. Auch was jetzt Champions League oder so. Wenn es passt einmal bei den Spätzln daheim, dann ja. Aber so eigentlich nicht. Ah, okay. Der Opa ist ja Urgestell beim Lask. Du bist eigentlich schwarz-weißer, gell? Oder wie kann man die zuordnen, oder wie ist das offen lassen? Hast du beide gespielt? Ich habe für beide Vereine Sympathien. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt in Linz wieder zwei Bundesliga-Klubs gibt, weil ich glaube trotzdem Blau-Weiß-Linz auch für die Bundesliga-Aufwertung ist, gerade auch mit dem neuen Stadion. Ich habe bei beiden Vereinen super Erlebnisse gehabt. Mir taugt aber auch die Mentalität von Blau-Weiß, dass sie einfach aus so wenig so viel machen, weil sie trotzdem die Mittel, die sie zur Verfügung haben, im Vergleich zu den anderen Bundesligisten. Und auch Trainingsfelder ist ja bei einem ein Riesenproblem. Ja, und diese Infrastruktur ist ja wirklich schade, dass da nicht besser ist. Ich habe trotzdem, wobei das auch geht, auch einmal mein Trainer war, und ich den auch sehr, sehr schätze als Mensch und als Trainer, aber ich habe trotzdem bei Blau-Weiß mit dem Scheibe und mit dem Ripple-Ronnie, der Co-Trainer jetzt, trotzdem eine innigere Beziehung gerade zum Ripple-Ronnie, weil das war ja der Grund, warum ich zu Prägarten gegangen bin. Ohne den war ich nicht in Prägarten. Und habe auch jetzt privat noch eine super Beziehung zu ihm. Ich habe dann ja nachher noch eine Frage für dich. Das betrifft sicher das Fußball-Tennis. Nein, das haben andere gefragt. Champions League, auf wen tipps da, der was gewinnt? Pff, Champions League. Ich habe jetzt geschaut, weil wir in der Wien eben geschaut haben. Was glaubst du, oder wer ist der Favorit? Wem würdest du das wünschen, wenn du das jetzt nicht alles sagst? Wenn ich es wünschen würde. Ja. Ich habe die Barungen. So will ich es durchlesen. Pff, wenn ich es wünschen würde. Eigentlich würde ich Arsenal gerne vergründet. Ja. Die haben wieder eigentlich aufwärts drin. Ja. Ich habe die Doku kurz angeschaut von Arsenal mit Mateta. Mir taugt der als Trainer. Und ich war, darum erinnerte ich mich an das relativ gut. Ich war vor der Diagnose noch nach Weihnachten mit meinen Freunden in London. Und da haben wir sich Arsenal Westheim angeschaut. Im Emirates. Im Emirates. Und ich war so begeistert von dem Spielstil, den ich gehabt habe. Und darum würd's mir einfach taugen, wenn mal nicht einer von den ganz, ganz Großen... Arsenal ist ein Top-Club-Täckler, aber... Ist schon seit 2002 einmal. Na, wann haben die Glitzen auch? Damals haben sie verloren gegen Barcelona. Ich glaub, die haben keinen Champions-League-Titel, oder? Würde mir taugen, wenn vielleicht nicht einer von den ganz Großen Champions-League-Sieger wäre. Ja, der Meinung bin ich auch. Kannst du da mitholen bei Arsenal? Ja, Arsenal... Vielleicht die ersten 10 Minuten. Die ersten 10 Minuten. Die Letzner wird wieder eine Verlängerung und dann scheiden der Öfer wahrscheinlich bei dir. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Naja, wir haben eh viele Themen gehabt. Machen wir es eigentlich so. Gehen wir mal eigentlich zu den Fragen über, was die Leute ein bisschen geschickt haben. Okay. Das ist eine interessante... Adrian Schweiger ist ja der Arbeitskollege, oder? Ja, und Bonus-Bruder. Bonus-Bruder. Schön. Wegen dem Studium Ernährungs-Coach bist du, wirst du, oder? Nein, also nicht. Wie soll ich das am besten sagen? Also, ich habe ja Sportwissenschaften auch studiert. Da war halt der Bereich Sporternährung dabei und ich mich für das Thema auch sehr interessiere. Ich habe auch selber ein paar Sachen einfach ausprobiert, wie ich mich am leichtesten ernähre. Wie ernähre ich mich am besten? Trotzdem ist es eine Thematik, die Ernährung bei Krebs, was kann man da machen? Und so weiter. Mit dem habe ich mich auch intensiv beschäftigt. Und ich habe halt auch immer wieder für Leute aus meiner Familie Tipps gegeben. Es kommen trotzdem auch welche auf mich zu. Wie kann ich mich besser ernähren, dass ich mich wohler fühle, dass ich annehme, dass ich sportlich besser werde. Und dann habe ich halt immer gesagt, das kannst du machen oder das kannst du machen. Also als Ernährungscoach würde ich mich nicht sagen. Aber du hilfst gerne mit deinen Erfahrungen. Wenn jetzt einer das selbe hat wie du gibst und so, dann hast du ein offenes Aufhören. Weil du weißt, wie er sich fühlt. Wenn er sich wohler fühlen will in seiner Haut, wenn er fitter sein will, gebe ich halt einfach auch ein paar Tipps, die mir geholfen haben. Es ist ja trotzdem jeder individuell und man muss für sich selber auch einige Sachen ausprobieren. Was tut einem selber gut? Ich habe selber, ich habe einmal Gluten frei gegessen und habe mir gedacht, nein, das bringt nichts. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mir einfach selber Erfahrungen gesammelt und habe jetzt einfach auch. Du hast eigentlich Ambitionen für einen Pro Trainer, weil du musst das auch alles wissen. Ich weiß es nicht. Also ich mache jetzt im Herbst einmal das erste. Eine erste Lizenz machst du? Das D-Diplom, glaube ich. Ja. Weil jetzt im Sommer bin ich dann mit dem Masterstudium, das ich jetzt noch gemacht habe, fertig. Wie schaut es aus mit deiner Studie? Das heißt, eins hast du auch geschlossen? Ich habe Sportwissenschaften gemacht, dann Wirtschaftswissenschaften. Das waren zwei Bachelor. Okay. Und nebenbei du hast du arbeiten und Fußballspielen. Und habe jetzt noch einen Master in Gesundheitsmanagement gemacht, wo ich jetzt im Sommer fertig werde. Ich meine, play the fuck von mir nebenbei. Du hast eigentlich arbeiten, studieren und Fußballspielen. Ja, genau. Wie bringst du das alles unter den Dach? Du hast 40 Stunden Arbeit? 40 Stunden Arbeit seit August. Wie schaut dir die Woche aus, der Alltag? Das ist ja auch nicht ohne. Ja, ich bin halt trotzdem ein sehr strukturierter Mensch. Ich habe einfach immer einen konkreten Plan, was ich wann machen will. Wobei ich muss jetzt schon zugeben, das Studium mittlerweile eigentlich schon am Auslaufen ist und ich da nicht mehr recht viel Zeit aufwende. Also es ist nur, wenn ich jetzt eh, wenn ich mein Privattraining ein wenig mache und ich sitze am Radl, so wie heute, dann schaue ich immer während ich am Radl sitze einfach auch eine Vorlesung an. Also ich schaue schon immer, wie kann ich gewisse Sachen verknüpfen. Multitasking. Ja, ist eh klar. Man muss einfach dann auch die Zeit für die anderen Dinge und mir sind andere Dinge wie meine Familie und meine Freunde auch sehr, sehr wichtig. Man muss sich dann einfach auch die Zeit für das freischaufen. Die Balance finden. Und die gewisse Balance finden. Und es macht mir einfach Spaß und ich bin einfach der Typ, ich möchte immer beschäftigt sein. Also mir gefreut das nicht, dass ich am Wochenende fünf, sechs Stunden auf der Kautsch hocke. Das gefreut mich einfach nicht. Am Abend zum Schlafen gehe sehr wohl und ab und zu immer ein gemütlicher Abend ist auch okay. Aber ja, ich bin ein bisschen ein Duracell Haserl. Also ich brauche da schon sehr viel Beschäftigung. Okay, dann kommen wir zur nächsten. Wissen, Schlager, also Gschaber, Schlager und Konrad Leimer, dass du in Wahrheit besser bist wie die zwei. Hast du noch Kontakt zu ihr, oder? Ich habe ihn Gschaber mal getroffen im Sommer. Der ist aus St. Paladin, oder? Ja genau. Aber der war auf der Sandburg, da habe ich dann kurz mit ihm gequatscht. Ich war sogar mit ihm mal im Zimmer bei einem Lehrgang. Die haben super Karrieren hingeklebt. Es war beachtlich, was die erreicht haben. Das war Leipzig, Bayern. Ja, der Laufbau. Ich muss aber auch sagen, total bodenständige, coole Typen. Und was können Sie reißen bei der EM in Deutschland? Es ist natürlich schon bitter, dass mit dem Kalajic und dem Alaba zwei wichtige Spieler, Redelsführer, ausfallen oder ausfallen werden. Aber die Mannschaft ist sehr gut und ich glaube schon, dass ein Einzug in die K.O.-Phase durchaus möglich ist. Ich glaube auch. Die letzten drei Europameisterschaften, also 2016, die war top. 2016 war jetzt nicht so stark, aber man war dabei, man hat sich nicht so schlecht verkauft. Mit ein bisschen Klick kommst du weiter. 2.20 gegen Italien, wenn der Nautovic da nicht mit zwei Fußzeichen abseits ist. Und da sieht man aber, wie Schmolder gerade zwischen der Beise oder nicht auch der EFM gezeigt ist. Es kann in zwei Richtungen so schnell gehen. Ja, Millimeter. Und gerade im Sport ist das nur extremer, finde ich. Ja, absolut. Ich meine, die Gruppen, Holland ist jetzt nicht mehr so das starke wie früher. Ich glaube, Holland ist zum Schlag. Frankreich hat man es auch nicht schlecht verkauft in der Nations League. Ja. Rangnick. Sogar an einem normalen Tag ist gegen Frankreich nicht viel drin. Aber im Fußball oder im Sport ist alles möglich und man muss einfach auf seine Stärken vertrauen und einfach alles geben in dem Spiel. Dann kann man auch gegen Frankreich durchaus ein positives Ergebnis. Ich hoffe, man muss dran glauben, weil wenn man nicht dran glaubt, kann es nicht passieren. Genau. Zu wen hältst du nach Österreich? Portugal. Portugal. Okay. Ah ja, du bist der große Ronaldo-Fänger. Das darf ich nicht vergessen werden. Da freut sich der Dino, unsere Kamera mal. Ja, wobei ich trotzdem auch sagen muss, mir taugt der Messi auch und man muss, ich denk mir jetzt, ich denk trotzdem immer wieder, man muss einfach dankbar sein, dass man zwei so Spieler gleichzeitig erleben kann. Ja, das stimmt. So was hat es noch nie gegeben. Dass die, vor allem sicher Pelé Maradona, keine Ahnung wie die alle heißen, das waren Ausnahmesportler, aber über so einen langen Zeitraum solche konstanten Leistungen bringen, gerade in Zeiten auch, wo alles analysiert wird mit Videos und so weiter. Für mich ist das außerirdisch. Ja und für mich ist das außerirdisch, was die zwei aufgeführt haben. Also sowas wird es nie wieder geben, glaube ich. Wobei ich sage mit Haaland und Ember Becker oder auch zwei so Typen sind, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so eine Dominanz von zwei Spielern wieder geben wird. So eine arge Dominanz. Ja, stimmt. Und ich habe mir eine Karte gekauft für das. Portugal-Tschechien. Portugal-Tschechien. Wo spielen die? In Leipzig. In Leipzig, also beim Schlager daheim. Ja genau. Schloss bei ihm. Nein, ich habe so keinen Kontakt mehr zu ihm. Bei Klopp-Telefonnummer habe ich sogar noch. Ja, ich weiß nicht. Bei Klopp-Telefonnummer habe ich sogar noch. Ja, fahr mal auf jetzt. Dann verliert man trotzdem aus der Augen. Fahr mal um. Das hier sind sie auch nicht. An was ist dann schlussendlich bei dir gescheitert, dass du Profi geworden bist? Du warst ja schon an der Schwelle. Du hast ja damals auch eine Krankheit gehabt, Stoffwechsel, Krankheit gehabt. Na ja, Profi war ich ja. Also ich war acht Jahre lang Profi. Ich brauchte ja einen Profivertrag gehabt. Also kann ich mir schon sagen, dass ich in der Profikarriere schon das Ziel erreicht habe. Aber es war ja dann die Situation so, ich war absoluter Stammspieler bei der Atmira. Mhm. Und eben auch im U21-National-Lehm habe ich schon, ja, sehr viele Interessenten gehabt aus anderen Ligen oder auch aus Österreich. Heute darfst du ja sagen wer, oder? Köln. Köln. 1860 München, Rapid, Austria. Also da waren schon einige Interessenten auch da. Dann auch in Norwegen. Ich meine, das war ein bisschen schräg, aber erste Liga in Norwegen und so weiter. Im Winter viel lustig zu spüren. Die Temperaturen. Ja, und man ist dann leider auf eine Immunstoffwechselerkrankung drauf gekommen, die sich im Prinzip durch die Unterdrückung eines pfeiferischen Drüsenfiebers entstanden ist. Das heißt, hast du nicht übertaucht oder was heißt das genau? Übertaucht habe ich es, ja. Ah, okay. Ich meine, ich habe mich eh schon eine Zeit lang nicht recht gut gefühlt und dann bin ich nach der Meisterschaft heim und dann schaut mich meine Mutter und sagt, wie viel hast du denn abgenommen? Keine Ahnung, ich wieg mich nicht, ich weiß nicht. Dann habe ich sehr, sehr viel an Gewicht verloren, Muskelschwung gehabt durch diese Stoffwechselgeschichte, weil einfach das ganze Blutbild angefallen ist. Und da warst du bei der Atmira, oder? Genau, da war ich zu dem Zeitpunkt bei der Atmira. Und hast du da Pause gemacht oder gespielt? Weil da war ich mir nicht ganz sicher die Daten gemacht. Pause, okay. Und an dem ist dann... Ja, und natürlich, wenn du dann ein halbes, drei, vier Jahre nicht spielst, bist du nicht mehr interessant. Ja. Und dann, ja, wie es halt im Profisport auch so ist, das geht dann halt schnell. Ja, du hast da aber auch trotzdem beim Aufstieg miterlebt beim LASK, oder? Genau, ja. Da warst du dabei. Das war... Genau, da war ich 18 Jahre alt. Welcher war von den Momenten die Besten? Du warst beim Cupfinale von Basing dabei, Aufstieg, Derby hast du da geschossen. Was ist das Highlight? Abgesehen von dem Imprägwerten der Öfer. Was hast du auf Profisniveau? Boah. Ich meine, der Aufstieg war schon cool. Einfach auch, weil es meine Heimat ist, Linz. Ja. Und glaube ich gefühlt, mein halber Freundeskreis oder der ganze Freundeskreis im Stadion war zu dem Zeitpunkt. Und ich habe auch nicht einmal mitfeiern können nach dem Aufstieg, weil ich bin am nächsten Tag direkt nach Rumänien. Das war Rumänien. Das war dann die EM-Qualifikation, wo wir uns dann eben Qualifizierung für die EM gleich weitergefahren haben. Und ich habe dort das Turnier gespielt. Ich bin dann heimgekommen und einen Tag später habe ich mündliche Matura gehabt. Das war eine wahnsinnige Zeit. Boah. Also da war ich wirklich, da war ich dann schon gar, muss ich sagen. Ja, welcher ist so ein Moment außerhalb vom Playgarten, das vor kurzem? Die EM in Rumänien oder? Naja, eh die WM trotzdem in Neuseeland. Das bleibt am meisten hängen, weil du spielst da trotzdem auch WM. Ja. Und... Irgendwann habt ihr da was? In der Gruppe war Ghana, Panana und Argentinien. Und dann sind wir im Ochtelfinale gegen Usbekistan ausgeschieden. Peinlich. Es war wirklich peinlich. Weil, ja, das hätte nicht sein müssen. Ja. Weil wir hundertprozentig die bessere Mannschaft waren, aber an dem Tag einfach alles schief gegangen ist. Obwohl wir da schon den Jetlag übertaucht haben. Na gut. Ja, nachdem wir fünf Wochen schon dort waren, hätte es eigentlich schon passen müssen, ja. Der Nächste fragt, wie lange hast du vor zum Spielen? Und der Gäste das Angebot haben wir schon. Aber wie lange hast du noch vor? Wie lange hast du die Gesundheit zuletzt? Wie viel Jahre? Du bist 29 bist heuer? Möchtest du eine Ronaldo-Karriere bis 40 gelegen? Ja, möchte ich schon. Hast du schon vor? Nicht schon wieder himmelfrohen Pointner werden, oder? Solange ich so viel Spaß habe und einfach mit der Leidenschaft, die ich habe und einfach auch die Freundschaft, die mir der Fußball gibt, möchte ich eigentlich, ja, solange es den Körper zulässt. Und ich glaube, ich behandle den gut, dass er noch lange ausreicht. Du schaust der Firm, ja. Ich schaue zumindest der Firm, dass ich nun so lange wie möglich auch aktiv spielen kann, ja. Okay, dann kommen wir gleich zu dem, weil der Harald Kondert, wir wissen, wie lange er noch auf dich warten muss in St. Magdalena, weil mit 40 gesagt, da braucht er dich nicht mehr. Ja, das ist natürlich immer wieder ein Thema, weil Magdalena ist mein Kindheitsverein, meine Großmutter hat dort auch das Restaurant gehabt, mein Papa ist dort Oma oder im Vorstand. Einige meiner besten Freunde spielen gerade aktuell dort. Natürlich wird immer wieder das thematisiert, hey, komm zu Magdalena. Aber ich muss auch sagen, ich habe in Pregorten einen wirklich wahre Freund fürs Leben gefunden, beste Freund, ich fühle mich dort total aufgehoben. Wann der Zeitpunkt ist, dass ich zum Magdalena gehe, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Okay. Ja, noch eine Zusatzfrage von Jerem, also wie lange geht der Vertrag in Pregorten, dass er rechnen kann? Bis 20, 25. Also, jetzt kannst du mal rechnen, Harry. Schengurs einmal, er sich ja oft schocken, natürlich im Papparenplatz hat er mir gesagt. Genau, ja. Ja, der Harry ist ja ein Uferaner, ich wohne im Ufer. Gregor Bresnik, das ist ein Nachwuchstrainer, der auf euch fragt auch, wenn du wieder zurückkommst nach Magdalena, weil du beim Camp dabei warst, beim Nachwuchscamp. Ja, genau. Bist du auch dabei geschaut? Ich werde ja oft, also einem im Sommer haben sie so ein Nachwuchscamp und da fragen sie mich immer, ob ich einen Tag vorbeischau und mit den Kindern halt trainieren. Das mache ich auch immer, mache ich gern. Ja. Weil einfach, ja, ein Freitag, wenn die Kinder ein Freitag haben, taugt mir auch mit den Kindern zu arbeiten. Vor allem, wenn sie sich dann auch richtig rein haben und dann das Streuen in die Augen, das gibt mir schon was, ja. Bist du ja ein Vorbild auch, muss man sagen. Ja, dann geht's weiter. Ronny Rippel, findet's interessant, dass du da bist. Ja, wir wissen, dass du so Fußballbegeistert bist, wie der Zugang nach der aktiven Karriere ausschaut. Welche Position interessiert dir am meisten? Willst du da mal werden? Nein. Nein. Ob es Trainer, sportlicher Leiter, Scout, vielleicht willst du ja Blottsprecher werden. Schönen Gruß vom Ronny übrigens. Ja, lieber Ronny, schönen Gruß. Wir haben heute eh schon mal miteinander geschrieben, weil es wieder Zeit wird, dass wir eine Fußball-Tennis-Partie spielen. Da hat es immer schlecht ausgeschaut, so ehrlich muss man auch sein. Wobei einmal hat er mich geschlagen, tut mir eh weh. Aber nein. Ja, sagen alle, ich wäre ein guter Trainer und ich soll das unbedingt machen. Aber jetzt im Moment, ja, natürlich mache ich jetzt mal schon langsam die Ausbildungen. Irgendwie will es alle, dass du früher aufhörst, was was los ist mit dir? Nein, ich kann ja auch Spielertrainer sein. Ja stimmt, wie der Opa. Nein, das habe ich mir jetzt eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Also jetzt mache ich einmal die Trainerausbildungen. Ich habe mir sowieso seit ein paar Jahren immer gesagt, die langfristigen Ziele, weil es einfach so schnelllebig ist. Ich habe mir nie gedacht, dass ich mit 24 meine Profikarriere beende und dann einen Bürojob annehme und der mir dann auch taugt ist. Wenn du mir das mit 20 gesagt hast, hätte ich gesagt, dass es ein Vogel ist, jetzt mache ich noch nicht in den Büro rein. Hätte ich niemals gemacht. Nur der grüne Rasen hat es selbst. Ja, für mich hat es nur Fußball gegeben, aber trotzdem, man entwickelt sich weiter und man sieht auch dann eben durch gewisse Schicksanschläge das Leben ein bisschen anders. Das hast du ja vorhin gesagt. Ja, aber nur einmal zurück auf das, mich würde sportliche Leute auch interessieren. Scouts auch. Ich weiß nicht, ob blau-weiß ein Angebot für mich hat. Wann, ich schaue einmal nach. Nein, jetzt mein oberstes Ziel ist jetzt einfach, ja, Spaß am Kicken haben, Spaß an meinem Beruf, meine Masterstudien jetzt im Sommer fertig machen und dann schauen wir mal, was kommt. Okay, ich hoffe, dass es gelingt. Da war der Feiertrichter, einen schönen Gruß aus, der will ich da wissen, nach der Trainerkarriere, also nach der Spielerkarriere haben wir eigentlich ideal geklärt. Gehen wir zum nächsten, Dominik Nimmervoll, der aktuelle Trainer, der fragt, was für ein Trainertyp wirst du denn sein? Das ist der Kloppa, Guardiola, Sarri, wie siehst du dich da? Ich glaube, dass ich zum einen eher strenger Trainer sein werde, aber trotzdem mit der Intuition zum freundschaftlichen Trainer. Es ist immer das Zwischenmenschliche, finde ich, das Wichtigste. Darum glaube ich eher, dass ich so ein Kloptyp bin, weil ich merke, wie der mit seinen Spielern umgeht und das ist meiner Meinung nach trotzdem das Wichtigste. Ein Spieler oder einem Menschen, wenn es dem gut geht, kann er seine Leistung bringen. Jeder braucht einen anderen Zugang. Jeder braucht einen anderen Zugang. Es ist jeder individuell. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Druck, aber mit dem anderen muss es sensibler umgehen. Aber im Endeffekt hat trotzdem auch jeder Mensch seine Bausteine. Und das gilt es trotzdem auch, glaube ich, als Trainer zu identifizieren. Und man weiß dann auch, wie man mit den Leuten umgeht. Und zum anderen ist eben wichtig der Fokus und auch der Ehrgeiz dahinter. Aber man muss dann trotz der Fahne die Begeisterung oder den Spaß drauflegen. Darum glaube ich eher, der Kloptyp mit sehr viel Menschlichkeit, aber auch Zielstrebigkeit. Das heißt, der Kloptyp, der Kloptyp taugt auch mehr an? Klop, Zidane, Angelotti. Mir taugt aber auch ein Guardiola und ein Tetra. Wobei oft das mit dem ganz taktischen... Das schönste Teil, oder? Ja, schon ein bisschen zu viel und gerade auch im Unterhaus brauchst du es nicht. Ich habe einmal gehört, dass der Konstantin anscheinend... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da habe ich einmal aus Pasching gehört. Er ist beim Spiel oder beim ersten reingekommen. Ich glaube, gegen Austria-Pasching war das reingekommen. Ich habe wieder gesagt, wir sind elf Leute, die sind elf Leute. Kommt sie aus. Ja, das ist dann vielleicht übertrieben. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir Fußball spielen. Dass es ein Spiel ist und dass man Spaß da hat. Natürlich auch mit einer gewissen taktischen Vorgabe, das ist schon wichtig. Aber man darf auch an der Kreativität von den Spielern nicht zu viel herum tun. Ja, nur das Freiraum lassen. Vor allem du als Zehner brauchst das, gell? Genau, ja. Das passt natürlich. Na gut, Samir Gradaschewitsch fragt, wie es mit deinem Beziehungsstatus ausschaut. Wann wirst du heiraten? Es schaut schlecht aus dabei. Es schaut schlecht aus dabei. Es schaut schlecht aus dabei. Ja, das war gegen Ostermitting. Da habe ich es 3-0 geschossen in der 80. Minute. Dann hat er mich gewechselt und ich bin von meiner Position auf der 10, glaube ich, auf rechts außen. Er hat einfach umgestellt. Und ich wollte es halt einfach nur zu weit zu gut machen. Ich habe ein super Gefühl da. Dann war halt eine kurze Phase im Spiel, wo der Gegner uns ein bisschen eingedruckt hat. Aber es ist 3-0 gestanden. 85. Minute, glaube ich war es. Und ich habe halt meinen rechten Verteidiger als rechter Flügel ein bisschen im Stich lassen, muss ich zugeben. Ich bin halt ganz vorne gestanden und habe halt ein bisschen zugeschaut, weil ich auf dem Konter gekauft habe. Und dann hat eh unser Torwart, der Bichler-Steff, den Ball runtergefangen und ich bin schon marschiert. Ich habe gesagt, komm, schieß aus. Ich wollte den Doppelpacken. Du warst hungrig. Ich war hungrig auf ein zweites Goal. Ist dann rein aufgegangen und dann irgendwann einmal habe ich es, glaube ich, wirklich übertrieben und bin halt nur mit vorne stehen bleiben. Wobei ich sonst eigentlich eine Laufmaschine bin, aber bei 3-0. Und dann habe ich halt den Samir gehört, wie ich reingeschrieben habe, Markus, was machst du? Bist du Stürmer? Ich weiß. Ich weiß ja, ich weiß ja, ich habe gelacht, ich habe gebeten. Nachher haben wir dann eher Gaudi gehabt, da war ich auch ein bisschen angefressen, glaube ich. Nein, er hat gelacht, wie mit ihm geht da jetzt. Ja, es war ganz witzig. Nein, aber er sagt, du bist ein Vorbild, charakterlich top, ein Führungsspieler. Und der letzte Öff hat er gesagt, das war ein Schicksal. Ja, das war ein Schicksal. Nein, es war natürlich auch, mit dem Samir habe ich auch eine super Beziehung gehabt, eben weil der Samir auch menschlich top ist. Okay, der nächste ist der Simon Kandler, der fragt, ob du wieder mal einen guten Fußball-Tennis-Partner brauchst. Der Blende. Den habe ich immer mitgezahlt am Anfang. Der hat nicht richtig viel machen müssen, außer dass er meinen Ball aufköpfe. Und dann habe ich auch gesagt, Simon Kandler war natürlich auch ein Spieler aus der Prägartenzeit, zu dem ich wirklich eine super Freundschaft aufgebaut habe. Aber wenn du wieder mal Zeit hast, ich brauche auch einen Partner, das passt schon. Ja. Jetzt trefft euch alle wieder mit. Jetzt trefft euch jemand auch in der Oberstreichliege, oder? Ja, und wir treffen uns auch so ab und zu. Ach so, okay. Dann hast du zwei schöne Grüße ausgekriegt, von Edin, Hodjic und Joel Dombaxi. Ah, okay. Ja. Danke. Witzig. Freut mich. Edin und Edwin hast du zusammen gespielt, gell? Der Edwin ist leider verstorben, gell? Eben. Darum. Ja, du warst aus dem Heit am Himmel. Weil es war wirklich immer im Nachwuchs, haben wir auch Sachen erlebt. Ich weiß noch, da waren wir in Eidenberg auf so einer Hütte. Mit unseren Eltern waren wir neujährige Buben, die gemeinsam kochten. Und da waren die zwei Männer dabei. Edin war der Lächler, der heißt immer, weil er immer gelacht hat. Und der Edwin war einfach der ruhigere. Und der ein bisschen ernster war. Ernstere. Aber ich kenne ihn aus meiner Schulzeit. Super Typen, die zwei. Ja, dann verstirbt der Edwin. Also das ist schon. Auf tragische Weise. Also der war auf einem ganz guten Weg. Ja, und sowas nimmt einen schon mit. Und ja, dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber trotzdem gefreut mich, dass es in Edwin so gut geht. Ja. Oder einen Burmitz, glaubst du? Oder zwei. Genau. Oder zwei, weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber gefreut mich, dass der an mir gedacht hat. Und der Joel. Links. Linksfuß. Zahnstocher. Aber auch ein Fighter. Und dass der zum Profi geworden ist, gefreut mich wirklich voll. Ich kenne ihn aus meiner Vorwärtszeit. Ja. Und der war ja bei Blau Weiß bei der 1B. Und dann hat er ein paar Mal bei uns mit trainiert. Und war immer so ein ruhiger, lieber Typ. Und sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Und voll cool, dass der Profi geworden ist. Nein, auf den kriege ich mich auch. Das sind Bötlis aktuell. Voll cool. Also ja. Und da merkt man einfach trotzdem, was durch Fleiß auch möglich ist. Ja. Okay. Der nächste ist Goalkeeper Amar Helac aus Blau Weiß-Zeiten. Jetzt ist er aktuell im Ländle in Lustenau, Vorarlberg. Wer war der beste Zweikontaktspieler bei Blau Weiß damals? Ja, er war's nicht. Schönen Gruß übrigens Heinz Ländle, mein Freund. Mein Zimmerkollege immer bei Blau Weiß. Wer war der beste Zweikontaktspieler? Eigentlich ich. Als Techniker. Okay. Kann man schon sagen. Hat er die Frage am richtigen gestellt. Dann habe ich wieder irgendwas rausgefunden. Also 2010 ist ein bisschen lang her. U16 damals. Hast du im Pushing-Press gegen SKM gespielt. 2-2 ist ausgegangen. Weißt du, wer die zwei Teile geschossen hat gegen St. Magdalena? Ja, ich. Ja. Und du? 2010. Ja, damals hast du zwei Teile geschossen. 2-2 ist das ausgegangen. Ja, genau. Da hast du zwei Teile geschossen gegen Magdalena. Hat er das irgendwie... Ich treffe gerne. Weil wenn ich gegen Magdalena spiele, treffe ich immer gerne. Ah wirklich? Ja, ja. Wo ist dein Herzensverein? Ja, ich treffe einfach gerne gegen meine Ex-Vereine. Nein, ich kann mich auch erinnern. Das weiß ich auch noch. Da haben wir 6-1, glaube ich, gegen Magdalena gewonnen. Da habe ich fünf Tore gemacht. Weiß ich auch noch. Und jetzt im Test spielen wir auch 10-1 gegen Magdalena gewonnen, aber auch 3 gemacht. Ja, also wenn wir gegen Magdalena spielen, normalerweise treffe ich. Ja, das muss ich mir verfolgen tun. Mit wem hast du in der Paging in der U18 immer gestritten wegen die Freistöße? Unter Trainer Gerald Dickinger. Mit wem hast du darüber gestritten? Da hat es auch einen Spieler gegeben. In der U18? Ja. Da hat es auch einen kleinen Blonden gegeben, der was allwege ihn geschossen hat. Boah. Einen kleinen Blonden. Tut mir leid, das war nicht so. Ein guter Freund von mir, Anton Kleiner. Ja, das stimmt. Stinkt. Ja, aber klar, der Toni ist ja nicht klar. Nein, so groß ist er auch nicht. Im Vergleich zu mir ist er ja groß. Das stimmt schon. Damals war er klar, sagen wir es so. Ja, kann ich mich erinnern. Da dürft ihr anscheinend. Ja, vor allem gerade als Kind da. Oder als Jugendlicher. Mit der Ambition zum Profi. Du willst die jeden machen. Du hast natürlich einen Konkurrenzkampf auch dabei. Jetzt kommen wir mal noch zu den letzten drei Sachen. Wie stellst du eigentlich dein letztes Spiel vor? Willst du ein Abschiedsspiel machen? Oder hast du da noch nie Gedanken gemacht? Nein. Viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Okay, dann? Viel zu weit weg. Da haben wir einen Keeper aus Wolfsburg. Paavo Berwan. Jetzt kommt's. Lieber Plucci. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung des beliebtesten Amateur-Spielers. Da ich ja einige Tage mit dir in der Kabine verbracht habe, weiß ich, dass die Wahl nicht geschoben war. Viel schöner als die Auszeichnung ist aber der Kampf, den du abseits des Platzes gewonnen hast. Das freut du am meisten. Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit beim LASK zurückdenke, kommen mir unsere Duelle beim Fußball-Dennis im Kraftraum in Paschen in den Sinn. Obwohl unser beider Ehrgeiz zu vielen Sachbeschädigungen, Beleidigungen und sogar Drohungen geführt hat, habe ich jedes Mal es genossen. Du warst zwar immer technisch und von der Geschwindigkeit viel voraus, aber fühlst du dich auch noch von meinen gefürchteten Aufschlägen und dem mentalen Druck, den ich ausübe, heute schon gewachsen? Falls ja, melde dich, wenn ich das nächste Mal in Linz bin. Liebe Grüße aus Wolfsburg, Paavo Berwan. Danke, Paavo. Falls du dir das ausschaust, freut mich wirklich, dass du sowas überlegt hast, weil wenn ich jetzt wieder zurückdenke, das waren wirklich unglaubliche Zeiten. Und du warst für mich, muss ich auch so sagen, ein wahres Vorbild, weil er war Kapitän beim LASK. Und ich sage immer, wenn ich von dir erzähle, dass du ein kleiner Psycho warst. Aber im positiven Sinne, weil so einen strukturierten und professionellen Spieler ich persönlich eigentlich wirklich nicht erlebt habe und ich habe viel kennengelernt. Der aber dann auch wieder so sehr, sehr mit dem Vogel ab und so rausgekommen hat, bitte nimmst du mir nicht pass. Dann in der Kabine, menschlich. Ja. Ein Wahnsinn. So ein lieben Kerl. Und wenn ich es wirklich verkomme, dann ärm. Schön. Und das war wirklich. Ja, in der Grafkammer Spiegel ist hin geworden und da ist schon Zugang. Mit zwei so Ehrgeizler aufeinandertreffen. Und der hat ja wirklich, wenn wir dann Fußballteins gespielt haben und der war hinten, der hat die Tepper gemacht. Der hat mit dir Psychoterror. Psychoterror. Ja. Du hast dann direkt ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du gewonnen hast. Weil du hast dich dann gefürcht, dass du dich gefürcht fühlst. Wenn du als nächstes Mal in die Tüste will unbedingt zuschauen, wenn du das machst. Ja, also ich hoffe, Bauer, dass du... Komm wieder mal bekehrt. Ja, bitte melde dich bei mir. Ich würde gerne mit dir wieder mal essen gehen. Das würde mir sehr dankbar, mich mit dir austauschen. Ja, und hast du Angst vor seinen Aufschlägen oder bist du ihm heute schon gewachsen? Ja. Hast du nicht mehr Angst? Ja, die waren schon gut, muss ich sagen. Okay. Wenn er die Aufschläge nicht gehabt hätte, wäre sie immer fett worden. Aber mit denen habe er sich ein bisschen über Wasser gewonnen. Okay. Dann, jetzt kommen wir mal zum Letzten. Also, stößt uns eine Top-11 zusammen, egal mit Profis oder Amateurspieler, du kannst einen Linienrichter aufstellen. Eine Top-11 von Markus Blutsch und mit dem beenden wir es dann. Eine Top-11? Ja. Mit wem wirst du... Mit Amateurspielern oder mit Profis? Wurscht, wie du willst. Du kannst einen Linienrichter, Schiedsrichter auch mitnehmen. Nimmst du mich als Blottsprecher? Ja, Top. Ich mache eine aus meinen ehemaligen und aktuellen Mitspielern. Im Tor ist der Schützene, der Klaus. Schützene, auf Pana. Wird nicht der Babo, aber... Auf der Sotzbank der Babo. Okay. Sotzbanker Babo. Nein, es ist witzig. Ich habe eigentlich im Fafel meiner Karriere zu den Turmen immer die besten Beziehungen gehabt. Waren immer meine Zimmerkollegen. Aha. Mein bester Freund, der Wilma Ritsche, ist auch Turmen, aber das geht sich halt trotzdem. Tut mir leid, Ritsche, aber von der Qualität aus. Du hast auch die Karriere bald beendet. Ist der Klaus? Ist der Klaus mein Favourite? Ja, und wenn es der... Bitte Turmen ja deswegen, weil es vielleicht öfter mit einer Freistöße üben tust oder... Ich weiß nicht, ob das einfach so entstanden wird. Keine Ahnung. Das heißt ja eigentlich immer, dass die Goyle da links außen ein bisschen einen Vogel haben. Aha. Wahrscheinlich habe ich dann auch genau in selben. Du hättest das rechts außen spielen sollen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber... Du hast den Klaus. Was für eine Formation? 4-2-3-1. Ich spiele 4-3-2-1. Ich spiele 4-3-2-1. Du weißt, wer ist der rechte Verteidiger? Der Arma Hamidovic. Wo spielt er? Der hat aufgehört. Aber es war ein langjähriger Kollege von mir in Pregorten. In der Innenverteidigung. Das ist sehr schwer, muss ich sagen, dass man da jetzt so... Zwei braucht hast. Ja, schon klar. Ja, dann Rosamako, unser Co. drin jetzt. Hab ich gehört, war auch Innenverteidiger. Und dann einer meiner besten Spätzl, der Albrecht Flo. Da ist der Linksfuß dann. Links hinten. Ich tue mir sehr schwer, muss ich sagen. Links. Ich nehme den Joel. Ja, ich nehme den Joel. Don Baxi. Joel, Don Baxi. Ja, alles passt. Zwei Sechser. Den Brungrauber Mike, auch einer meiner besten Freunde. Einfach von seinem Typ her. Da taugt er mir, wie er alles anräumt. Auf der Sechs nehmen wir den Conny Leimer. Der Windhund und Pferdelung hält man den Raum frei auf der Zehn. Auf der Zehn natürlich hin. Passt. Dann brauchen wir die Flügel und Stürmer. Flügel. Links, rechts. Ja, links hinten. Tut mir leid. Joel, kommst du auf der Satzbank in Kandler-Simon. Ah, Kandler-Simon. Okay. Kandler-Simon. Das heißt, dann ist der Bavo nicht erlaubt, der Satzbank. Ja, eine gute Bank ist auch wichtig. Du brauchst ja mindestens 17, 18 gute Spieler. Genau. Das kenne ich auch genauso dazu. So, Daniel. Jetzt brauchen wir noch drei Positionen. Rechtsaußen Stangl Philipp. Ich habe noch einen schnellen Spieler gesehen. Für mich. Unglaublich. Linksaußen unser neuester Zugang, der Imran, Satrio. Und wo ist der gekommen? Ditach. Ditach, ja. Ditach auch eine gute Mannschaft. Stürmer. Wer darf netzen? Wer darf mir die Bälle anlegen? Besser. Nein. Ah, Stürmer. Was noch einmal? Wir sind nicht gleich fertig. Wie lange haben wir? Wir haben eine Stunde zwanzig. Boah, hätte ich nicht geglaubt. So lange will ich das nicht machen, aber... Wir haben so im Bladernsinn. Stürmer. Stürmer auf jeden Fall kein Stürmer. Nein, Stürmer in Grubeck-Valentin. Ah, Grubeck-Valentin-Weißkirchen, ja. Der hat mich einfach in der Akademie, glaube ich, wo ich da schützen könig geworden bin, in der Bundesliga von der Acker. Wenn man, glaube ich, von den 18, die ich gemacht habe, hat mich eher 15 aufgelegt. Einfach auch zu dem, ich zwar jetzt leider siege ihn nicht so oft, aber das ist für mich auch so einer, wenn man siegt, war ein Freund und mit dem habe ich auch so viel mit dem Nationalen gemeinsam erlebt. Und darum haben wir den Grubeck-Valentin. Der ist ja momentan beim Lask. Genau. In deiner sportlichen Funktion, ja. Er war auch bei der Auslosung dabei, also er ist beim Lask auch aktiv. Also zugleich zu Weißkirchen, wie er das alles unter dem Ding hat, weiß ich nicht. Aber der hat auch gute Schritte gemacht. Ja, absolut. Und eh, da sieht man auch, jetzt dann vielleicht auch nicht die ganz große Karriere, aber es gibt andere Wege, wie man sein Leben genießen kann und erfolgreich sein kann. Passt. Okay. Das war der Markus Blutsch im Inside-Podcast. Ich sage vielmals Danke, Markus. Danke für die Einladung nochmal. Sehr gerne. War wirklich interessant, mit dir zu plaudern. Dann vielleicht machen wir nur mal eins, dass wir mal Zeit vergehen. Schauen wir uns mal die Reaktionen an. Auch mal, ob sie zufrieden sind mit mir. Glaube ich schon. Ich sage Danke für alle Zuhörer. Bis bald. Glasflöten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich sage dir. Das war's. Ja, dass wir uns noch niemals in der Zeit verändern sind. Und ich sage nein, wir lassen uns nicht. Das war's. Vielen Dank.